Der Ronhof ist ein 552 Meter hoher Basaltberg in Nordböhmen. Auf seinem Gipfel befindet sich die Ruine der gotischen Burg Ronhof. Der Gipfelbereich steht als Naturdenkmal auf 8,73 Hektar unter Naturschutz. Die Aussicht vom Gipfel des Ronberg ist eine der schönsten in Böhmen. Lage und Umgebung Der Ronberg erhebt sich zwischen den Städtchen Blitzeewedli, Stowolinki und Kraware über dem Teil des Bob Ripodok. Entstehung des Namens Nach Ansicht des tschechischen Sprachforschers Antonin Profaus leitet sich Ron vom mittelhochdeutschen Rhone ab, was übersetzt Baumstamm heißt. Auf dem Wappen der Besitzer der gleichnamigen Burg, den Berker von Dauber, findet sich ein Baumstamm, was diese Sprachdeutung untermauert. Burggeschichte Als Erbauer der Rhoneburg kommen mit großer Wahrscheinlichkeit die Herren Berker von Duben betracht, die die Anlage nach ihrem uralten Familienstamm der Ronowitschi benannten unter König Wenzel IV., wird 1385 Dekasekundengeschlecht der Rhoneburg erstmals als Besitzer erwähnt. 1410 gehörte die Rhoneburg Heinrich und Jaroslav Berker von Dauber auf Mühlstein. 1434 gelangte die Rhoneburg in den Besitz von Wilhelm I. von Eilburg seit 1469 unter Kämmerer im Königreich Böhmen. Nach dem Tod seines einzigen Sohnes Wilhelm II. ging der Besitz 1538 zunächst an dessen Witwe Agnes Geb. Gräfin von Helfenstein, später an die einzige Tochter Anna, verehelichte Kurzbach und nach deren Tod 1554 an ihre Söhne Wilhelm und Heinrich II. Kurzbach von Trachenberg. Nach des letzteren Tod 1590 fiel der Nutzgenuss an seine Gattin Eva Geb von Wartenberg. 1603 wurde mit Zustimmung der Eben die Rhoneburg an Elisabeth von Wartenberg auf Neuschloss Leipä verkauft. Die Burg war aber schon seit 1575 nicht mehr bewohnt, weil die damaligen Besitzer in der Burg drum ansässig waren. Die Rhoneburg gehörte zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges Adam Herz an von Harras. Wie viele andere Herrschaften nahm Wallenstein auch diese 1632 in Besitz und gliederte sie dem Herzog Thumfriedland an. Als 1640 der schwedische Generalbanner die Gegend bedrohte, sind alle benachbarten Gutsbesitzer mit ihren Kostbarkeiten auf diese damals noch sehr feste Burg geflohen. Die Rhoneburg hat den Angriff der Schweden nicht standgehalten, wurde 1643 geplündert und niedergebrannt und dann dem Verfall überlassen. Mit Errichtung des Bistums von Leitmeritz ist die Burg in dessen Besitz gekommen. 1654 wurde vom Bischof auf der Ruine ein Kreuz errichtet und 1845 ein Kreuzweg zur Ruine angelegt. Der Sage nach soll ein unterirdischer Gang von der Rhoneburg bis zur Helfenburg geführt haben. 1455 Vielen Dank.